Ich habe nichts anderes gedacht, weil die Jahre hat mich krank gemacht. Was passiert ist, was wir angerichtet haben. Er hat nach dir gefragt. Er ist dein Bruder, verdammt. Wie war Mama eigentlich so? Bist du lange her, Jona? Bist du lange her? Ich habe geträumt von einem Engel, der mir hilft, einzuschlafen. Ich will dich nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Dieser ganze Scheiß weg. Jetzt krieg dich mal ein. Wie geht's dir? Ich bin gerade ein bisschen mit Sterben beschäftigt. Ich habe dich noch nie gesehen. Du stehst hier auf einmal auf der Matte... Ich möchte, wenn du er helfen. Für mich bist du tot. Soll außerbleiben. Danke. Wo willst du hin? Ich glaube, ihr müsst da erstmal was klarkriegen. In eurer kleinen Familie. Du hast sie nie geliebt. Das ist nicht wahr. Die Wahrheit! Sag mir die Wahrheit! Ich habe dich abgehalten von deinem Leben. Was redest du? Ich habe dich abgehalten. Wenn du sterben willst, dann musst du es Leben zulassen. Wenn es nur für den Tag ist. Wir sind sieben Milliarden Menschen auf diesem Planeten.